Super, super! Die scheißen sie ja schon mal, oder? Fack die Dung, ja. Willkommen auf ihrem Lieblingskanal AK10! Schön, dass sie wieder eingeschaltet haben und viel Spaß mit Hotel Wars! Nobody is perfect, man! So, guten Abend meine Damen und Herren! Heute haben wir das besondere Vergnügen, einmal einen Lehrling live zu sehen. Nicht nur immer theoretisch, heute darf er praktisch machen. Wir haben dazu extra Gäste bei uns im Restaurant. Nanal ist im zweiten Lehrjahr, darf heute... Spaghetti... Apicata... Servieren! Sie macht es nicht aus dem Lehrbuch, sie macht es live. Das, was sie sehen, ist live! Nanal kommt von der Küche raus, serviert... Nanal, besser schneller, besser schneller, wir haben doch nicht so viel Zeit! Sag einmal, sagt der Teufel! Oh, was macht die Nanal? Die schmeißt die ganze Spaghetti da ins Oberteil! Ja, sag einmal Nanal, bist du verrückt! Was machst du denn? Du bist ja wirklich zu blöd für US! Das kann doch nicht sein! Jetzt bitte, was machst du denn jetzt wieder? Jetzt schaust du aber, dass du weiterkommst, das ist ja Wahnsinn! Ich muss schon sagen, der Lehrling hat Courage, ein anderer Mal wäre nicht die Hände einig von! Geist wieder mit dem herzuhlchen. Du bist noch nicht der Ausland und Schwank. Hosmer dich! Dankeschön, diese Sauerstin! Du bist schon seitdem du bist da, du bist ja nicht der Abort. Es ist möglich! Du bist schon seitdem. Du bist, du bist ja nicht der Abort. Du bist schon seitdem. Du bist schon seitdem. Was hast du gemacht? Ich habe ein Gewiss. Ich habe ein Gewiss. Warte, ich rufe an der Rezeption an. Hallo, jüngeres Bräulein. Bitte kommen Sie schnell. Mein Mann, der hat gespuckt. Sie müssen uns helfen. Der hat gespuckt. Das Gewiss ist reingefallen. Bitte kommen Sie schnell. Ich komme sofort zu Ihnen. Ihnen ist das Gewiss reingefallen. Sie müssen Ihnen helfen, bitte. Oh je, Ihnen geht es ja gar nicht gut. Na, einen Moment. Können wir ein Gewiss nachholen? Ich schaue sofort nach der Frau. Moment, schau mal gleich. Können Sie das reingefallen? Haben Sie schon gespült, Herr Wagner? Ich kann ja nicht essen. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Danke. Kann ich nicht mehr teleportieren?